Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf GYMAT TV. Ihr seht mich in meinem Büro und deswegen reagieren wir heute mal wieder auf ein Video und von keinem geringeren als meinem lieben Podcast-Kollegen, dem Marc von Bergpriese Camping. Der Marc hat natürlich mal wieder ein sehr catchy Thumbnail rausgehauen. Wohnmobile und Camping ist viel zu teuer oder? Man sieht es auch im Thumbnail. Hier eine Preissteigerung, alles zu teuer, plus 46 Prozent. Ich glaube auch, das Bild dieser Hyma-Axis, den er da hinten drin hat, ich glaube, dass das ein Bild von uns ist, aber da möchte ich dem Marc auch nichts unterstellen. Hat auf jeden Fall meine Erlaubnis, unsere Bilder zu benutzen. Und ich bin sehr gespannt, was im Video vorkommt. Wie immer gilt, guckt euch bitte das Original-Video in voller Länge an. Der Marc hat da viel Zeit investiert und es ist ganz wichtig, dass diese Arbeit auch gewertschätzt wird, die ein Creator in so ein Video packt. Ich reagiere und ich reiße Dinge vielleicht auch aus dem Zusammenhang raus. Deswegen bitte immer die Originalquelle angucken. Video von Marc packen wir euch in die Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal wohlwollend in das Video von Marc rein. Let's go! So, wir haben hier ja auch ein sehr, sehr geiles Bild hier von Marc erwischt. Das ist 0, Sekunde 0 und tatsächlich sieht top getroffen aus. Jetzt starten wir mal rein. Moin Leute, der Marc von der Bergbrise mit dem teuersten Video aller Zeiten für euch. Zumindest, wenn man daran glauben kann, was ihr so unten in diese Kommentare immer reinschreibt. Weil ich kann ja in letzter Zeit, egal was ich hier vorstelle, ne? Neues Fahrzeug zu teuer. Marc übrigens in seinem Grand Canyon S sieht man ganz gut. Fass durch 40% Rabatt zu teuer. Anderes Fahrzeug zu teuer. Campingplätze zu teuer. Zubehör zu teuer. Essen zu teuer. Trinken zu teuer. Alles zu teuer. Ey, das ist alles der Wahnsinn geworden. Wir gucken uns heute mal an, wie teuer das denn alles wirkt. Das stimmt, ja. Also, wenn ich jetzt mal unsere Kommentare anschaue, man selektiert natürlich auch immer gerne das Negative heraus. Wir haben auch viele tolle, positive Kommentare. Aber es gibt auch den einen oder anderen, der sagt, ey, das ist viel zu teuer geworden über die letzten Jahre. Guckt euch mal diese Preise an. Ihr spinnt doch. Bliblablub. Also, hört man tatsächlich ganz oft in den Kommentaren. Auch bei uns natürlich, ne? Also, da hat er definitiv einen Punkt. ...geworden ist. Und da sage ich euch, haltet euch fest. Es wird lustig. Besonders wahrscheinlich unten in den Kommentaren. So, irgendwo. Kann man sich anschauen. Schon ein neues System rumgezahlt. Und wir können keinen essen. Da ist er. Ja, lasst uns da doch mal reinschauen. Irgendwie, ich kann es ja ein Stück weit verstehen. Ich finde ja auch, alles ist wahnsinnig teuer geworden. Wenn du beim Italiener bist, denkst du so, wow, Bala, Pizza 18 Euro, ernsthaft? Na ja, ich lebe jetzt hier in Bayern, ne? In Bayern ist ja sowieso alles teuer. Immobilien sind unfassbar teuer geworden. So teuer, dass man sich hier auf jeden Fall mal nichts mehr leisten kann. Pizza einkaufen, Eintrittspreise, egal was, ne? Das ist alles wahnsinnig teuer geworden. So, jetzt ist das aber ja so. Und ich will das jetzt wirklich nicht in Schutz nehmen. Ganz und gar nicht. Sondern es ist einfach eine ganz normale Geschichte. Es gibt eine Inflationsrate. Dinge werden teurer. Das heißt, die Preise werden so schnell auch nicht wieder sinken. Trotzdem würde ich gerne bei so ein paar Dingen jetzt hier einfach mal auf den Zahn fühlen und mal unsere geliebte Campingbranche angucken. Und da mal ein bisschen Butterbeide Fische, wie man bei uns so schön sagt, machen. Das wollen wir Butterbeide Fische. Sehr gut. Wir gucken uns an, was ist mit den Wohnmobilen los. Sind die wirklich so viel teurer geworden? Wie wir glauben, dass sie teurer geworden sind? Und was ist mit allem anderen? Und vielleicht auch ein bisschen, was sind denn da jetzt die Alternativen? Und was kann ich denn da jetzt machen? Ja, und starten tun wir tatsächlich mit einem Wohnmobilvergleich. Ihr sagt immer, ich vergleiche ja hier nur Sachen. Das ist ja immer lustig. Du kannst ja machen, was du willst. Das ist alles immer falsch. Deshalb habe ich jetzt hier ein Fahrzeug rausgesucht, das sehr häufig verkauft wird. Lieber Marc, ich habe das Gefühl, du hast hier so eine gewisse negative, Stimmung, Grundstimmung. Ich glaube auch, wir hatten jetzt ein paar Videos in letzter Zeit und aktuell ist es so, und das spüren wir ehrlich gesagt auch im Service, ist es viel Wut irgendwie gerade im Spiel. Wir hatten das im Podcast auch schon mal thematisiert. Ich glaube einfach, dass auch viel Unzufriedenheit in Deutschland gerade ist. Das kann mit Sicherheit auch ein bisschen an der allgemeinen Lage und vielleicht auch an der Politik liegen. Das ist ja kein Geheimnis, dass da gerade viel Unzufriedenheit im deutschen Volk einfach drin ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn das so ist, dass es sich natürlich dann auch widerspiegelt gegen andere Menschen und dann vielleicht auch in so YouTube-Kommentaren landet wie bei Marc und bei mir. Oder bei uns. Auch gar nicht so besonders verrückt ist und zwar den Hyma Exis T474. Das soll jetzt mal so unser Beispiel sein. Kann sehr gut sein, dass das Bild von uns ist. Das ist ein hier Zucato-basierter, teilintegrierter, Womi und ja. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Butter könnte man meinen und den habe ich mir jetzt mal am Beispiel rausgezogen und habe mal ein bisschen recherchiert, was der denn irgendwann früher gekostet hat. Und ich glaube, wir sind uns alle darüber einig. Wir meinen, dass das Jahr 2020 das Jahr war, in dem alles noch so unglaublich billig war. Und deshalb habe ich eine Preisliste von Hyma aus dem Jahr 2020 ausgegraben und habe da mal geguckt, was der Ex T474 da gekostet hat. So, und da kommst du auf einen Basispreis für das Fahrzeug, da wirst du mir echt spannend, von 50.990 Euro. So, guckst du heute in die Preisliste, kostet die gleiche Karre 90.900 Euro. Das ist eine Preissteigerung von geschmeidigen 46 Prozent. Ja. Sind Wohnmobile echt innerhalb der letzten, ja wir glauben immer drei Jahre, aber es ist schon 2024, Freunde. Also innerhalb der letzten vier Jahre sind Wohnmobile innerhalb der letzten vier Jahre wirklich 46 Prozent teurer geworden. 46 Prozent teurer. Ja, die Antwort darauf ist so, naja. Denn ich habe das jetzt mal... Bevor der Mark jetzt noch ausführt, das klingt auch jetzt ziemlich hart, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt. Wir hatten nämlich bei vielen Modellen, ich weiß nicht, wie es im Detail beim Exis ist, auch viel Thematik, wo der Hersteller gesagt hat, wir packen Serienausstattung mit rein. Dann macht man ein Sondermodell oder erweitert die Serienausstattung. Sunlight hat das zum Beispiel viel gemacht. Also beim Cliff hat man das gemacht. Bei der Adventure Edition hat man einfach noch mehr in die Serienausstattung reingepackt. Einfach um Varianz zu verringern, um Produktion etwas planbarer zu machen, konnte dann dadurch auch Kosten einsparen. Und es ist auch so, die Hersteller kalkulieren eben einen Preis. Das Einzige, was man jetzt tatsächlich kritisieren muss, ist halt, dass vielleicht irgendwann auch die Marktsicht, egal unabhängig welcher Hersteller, verloren gegangen ist. Aber es ist ja nicht so, dass man mehr draufgeschlagen hat, weil man dachte, man kann jetzt mehr rausholen. Sondern es war eher so, wir haben diese Kosten und wir müssen immer noch einen Betrag X an unserem Fahrzeug verdienen. Aber trotzdem muss man natürlich immer den Markt auch im Blick behalten, meiner Meinung nach. Jetzt kommt irgendwie, und wie gesagt, ich will das hier überhaupt, das geht überhaupt nicht darum, das in Schutz zu nehmen, sondern ich möchte es einfach verstehen, was da passiert ist, um irgendwie auch mal so ein bisschen Marktverständnis dafür zu haben. Weil wir vergleichen hier im Jahr 2020 für 61.900 Euro mit dem Fahrzeug aus 2004, 2024 nach Christus, vergleichen wir hier ein Fahrzeug, das nicht nur fast 30.000 Euro teurer ist, sondern tatsächlich auch sehr unterschiedlich ist. Also einmal ist das natürlich heute ein Ducato 8, damals war es ein Ducato 7 und es ist eben so, oder Ducato 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und es ist eben so, dass die Fahrzeuge natürlich sehr unterschiedlich sind von der Basisausstattung. Das heißt, du kannst den Basispreis von damals, die 61.900, mit dem Basispreis von heute, 90.900 Euro für einen Teil integrierten auf dem Ducato, alter. Kann man trotzdem so nicht vergleichen. Und was habe ich dann also gemacht? Ich habe mal ein Fahrzeug konfiguriert, wie es so sein könnte. Und habe es ganz gut konfiguriert, würde ich jetzt mal sagen, aber auch nicht übertrieben. Also nicht über all die maximalen Sachen, aber schon so, dass man mit ordentlichem Urlaub fahren kann. Und bin dann drauf gekommen, dass das Fahrzeug im Jahr 2019 einen Listenpreis hatte von 76.000 Euro. In der gleichen Konfiguration kostet der Wagen heute geschmeidige 102.000 Euro. Das sind keine 46 Prozent. Das ist dann aber quasi ausstattungsbereinigend. Das geht damit los, dass früher waren halt nur 120 PS drin, heute ist 140 PS Standard. Assistenzsysteme sind Standard. Viele Sachen sind halt einfach standardmäßig reingekommen in die Fahrzeuge, die damals einfach Sonderausstattungen waren. Die Pakete haben sich geändert, Laber, Luba, wie auch immer. Aber der Preisunterschied, ausstattungsbereinigt, wenn man die beiden Fahrzeuge vergleicht, aus dem Jahr 2019 bis zum Jahr 2024 sind 34 Prozent. Das kann man nicht schönreden. Da kann man jetzt nicht sagen, 34 Prozent macht ja nichts. Jetzt kommt aber noch ein, nee, eigentlich kommen noch zwei Faktoren dazu. Der einzige Faktor, und wie gesagt, ich will das hier überhaupt nicht schönreden, darum geht es nicht. Sondern es geht einfach mal darum zu verstehen. Das ist auch ganz interessant. Der Marc ist ja wirklich sehr neutral unterwegs. Und vielleicht kommt diese Frage auf, ich weiß es nicht, aber wir haben uns da jetzt auch nicht abgesprochen. Ich habe nur sein Video gesehen und dachte mir, geil, das ist wieder ein interessanter Titel, da muss ich drauf reagieren. Ich glaube auch, dass da Feedback oder auch eine Reaktion meinerseits irgendwo sinnvoll ist, weil ich ja einfach die andere Brille aufsetze. Aber ich habe manchmal das Gefühl, er hat Angst davor, so ein bisschen zu arg in Richtung Händler zu argumentieren. Weil natürlich dann doch immer sehr viel Pulver, also sehr viel Schießpulver tatsächlich in diesen Themen drin ist. Aber schauen wir mal an. Diese Floskel, alles zu teuer. Ey, weil es nervt doch einfach. Es nervt. Das ist alles zu teuer. Nervt. Und dann kommen die ersten Jahre schon wieder an und sagen, können wir uns bei Herrn Habeck bedanken. Weil Herr Habeck wahrscheinlich als Regierungserklärung irgendwann mal gesagt hat, das Erste, was ich machen werde, ist die Wohnmobilpreise anheben. So ein Quatsch. Und deshalb, ich finde, muss ich jetzt an der Stelle, und es ist ehrlicherweise schade, dass ich das jetzt hier machen muss, möchte ich an dieser Stelle gleich mal sagen, alle politischen Schwurbler und Beleidigungskommentare, die du gerade im Kopf hattest und da unten drunter schreiben wolltest, die werde ich sofort löschen. Und ja, ich finde es schade, dass man es heute sagen muss, ehrlicherweise. Ganz ehrlich. Listenpreis 2019 in der von mir konfigurierten Variante 76.000 Euro, Listenpreis 2024 102.000 Euro macht einen Mehrpreis von 34%. Ausstattungsbereinigt, wie man so schön sagt. So, jetzt kommen wir aber nochmal zu zwei ganz interessanten Fakten. Faktum Nummer 1 ist, im Jahr 2020, könnt ihr euch erinnern, gab es da Rabatte? Ich sage nur Corona. Nein, es gab keine Rabatte, im Gegenteil. Es gab Händler, die ihre Fahrzeuge über dem Listenpreis verkauft haben. Aber Rabatte, also wenn du im Jahr 2020 nach Rabatt gefragt hast, bist du ausgelacht worden. Heute ist es so, dass man sehr wohl Rabatte bekommt. Und ich habe jetzt hier mal bei einem Händler, den ich jetzt nicht weiter nennen möchte, das ist ja irgendwie auch so eine Geschichte. So, trotzdem, also bei Gyma steht nämlich ein solches Fahrzeug, der Exus T474. Sehr gut, jawohl. Und der hat, sehr gut. Kein Zufall, die Konfiguration, die ich mir aus... Ein Händler, den ich nicht weiter nennen möchte, bei Gyma, viel Dank Marc an der Stelle. Und ich habe hier, ich sehe es, das Bild ist von uns geil. Naja, aber ist ja auch naheliegend. Ich meine, wir haben guten Kontakt miteinander, ich gehe sehr transparent mit dem Marc um. Ja, wie schön, dass ich da als Händler genannt werde. Aber wie gesagt, nichts abgesprochen, gar nichts geschönt. Ich habe offiziell und auch inoffiziell nichts mit diesem Video zu tun, was der Marc gemacht hat. Das war ohne meine Absprache. Und diese Karre kostet eben Liste 102.000 Euro und hat einen Angebotspreis von 88.490 Euro. Nochmal zum Vergleich, Liste 2019 76. Das macht einen Mehrpreis von 16%. Also 16% mehr würdest du bezahlen, wenn du dieses Fahrzeug heute kaufst, im Gegensatz zum Jahr 2020. Ja, das ist ein guter Punkt tatsächlich. Das versuche ich ja auch immer ein bisschen zu erklären, ja. Ja, weil viele Leute vielleicht auch ein bisschen einen Call auf uns heben. Also erstmal hat es der Marc, glaube ich, ganz schön erklärt. Das sind Preiserhöhungen, die jetzt nicht einfach durch den Start zustande kommen, weil irgendjemand das gesagt hat. Oder es gibt da auch keine Hersteller, zumindest nicht aus unseren Reihen, die da jetzt irgendwie mit den Fingern reiben und sich denken, wie kann ich noch mehr ausnutzen, wie kann ich noch mehr rausholen aus den Fahrzeugen. Sondern da sind Leute, die sitzen und sagen, scheiße, unsere Kosten, die wandeln, also die wandern einfach ins Nirwana. Wie gesagt, auch ich bin nicht an der Stelle, um schön zu reden. Ich weiß auch, dass das für euch als Verbraucher eine ziemlich beschissene Sache ist. Darum kann ich das natürlich auch verstehen, dass das nicht immer so lustig ist. Aber er sagt es ja ganz gut, das, was eben marktseitig passiert ist, das müssen wir Händler sozusagen lösen. Indem wir halt einfach dann unsere Fahrzeuge preislich runterschrauben. Und das haben wir jetzt in der letzten Zeit sehr gut gemacht. Und da komme ich auch nochmal zu einem anderen Thema für viele, die es vielleicht interessiert. Ja, Zeitpunkt, Kaufzeitpunkt. Ich kann euch sagen, es wird seitens der Industrie nicht zwingend zu Preiserlassungen kommen. Niemand wird jetzt seine Angebotspreise oder technischen Daten, wird er die Preise nicht runterschrauben. Jetzt ist die Situation gerade so, die Bestände auf den Handelsplätzen sind voll. Die Händler haben Druck, Einkaufslinien und so weiter. Dementsprechend haben wir gerade diese Preise auf dem Markt. Das ist so. Ihr könnt jetzt aber nicht erwarten, dass jemand mit so einem Preis, dass ihr dann zum Händler fahren könnt und sagen könnt, hier, jetzt lege ich hier nochmal ein paar tausend Euro und hopp. Teilweise sind die Autos schon wirklich Unterkante kalkuliert. Auch wenn der ein oder andere meint, das sehe ich auch hin und wieder in den Kommentaren, dass man da ja utopische Summen verlangen kann, ich glaube nicht. Ich denke, dass es tatsächlich gerade ein guter Zeitpunkt ist aufgrund dieser Verhältnisse. Und ich kann euch jetzt schon auch die Zukunft ersehen. Ich glaube nicht, dass die Händler viel bestellen werden mit diesen hohen Beständen, die sie haben. Und deswegen wird sich diese Situation im Laufe der nächsten Jahre oder zumindest im Laufe des nächsten Jahres wieder akklimatisieren und wieder entspannen. Und somit werden die Preise sich auch wieder stabilisieren. Das ist dann auch ein Nachteil für euch. Deswegen meine Einschätzung jetzt gerade ein guter Zeitpunkt zum Kauf. Vielleicht wird es noch ein paar Monate so weitergehen, aber ich glaube nicht, dass wir noch tiefer oder viel tiefer in den Keller fallen werden, als es jetzt der Fall ist. Auch wenn, was weiß ich, vielleicht ist da jemand dabei, der da mehr Ahnung davon hat. Aber das ist jetzt wirklich, ich sag, meine offene Einschätzung zu dem Thema. Jetzt nur mal so viel dazu. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Machen wir mal weiter. Unsere GYMA Outdoor Days Hausmesse in Mannheim und Wertheim vom 12. bis 14. April bis zu 20 Prozent auch im Fahrzeugbereich. Und das Ganze begleitet von einem tollen Rahmenprogramm. Mehr Infos hier unten. In den Jahren 2020 bis 2024 hat der Durchschnittsdeutsche eine Gehaltssteigerung von, na, genau, knapp 16 Prozent gehabt. Das heißt, ja, jetzt willst du, wirst jetzt wahrscheinlich sagen, ja, das mag ja sein, aber ich nicht. Ganz ehrlich, ich auch nicht. Ich bin selbstständig. Als Selbstständiger ist das ganz einfach. Wenn du 16 Prozent mehr Geld haben willst, musst du 16 Prozent mehr arbeiten. So einfach ist das ja selbstständiger. Was anderes kannst du nicht machen. Diese 16 Prozent sind durchschnittlich. Kann ja nicht jeder Lokführer oder Pilot sein. Das gibt Ärger. Ihr wisst, was ich meine. Durchschnittlich sagt die Statistik. Das ist ein Wert von Statista. Ich habe leider keinen professionellen Statista-Account. Den kann ich mir nämlich nicht leisten, weil ich selbstständig bin. Deshalb darf ich hier die Grafik nicht verwenden. Aber könnt ihr nachschauen bei Statista. Könnt ihr gucken, die Gehaltssteigerung in Deutschland innerhalb der letzten Jahre. Die haben auch die Jahre davor bewertet. Und die war halt noch nie so stark wie in den letzten vier Jahren. Besonders im letzten Jahr. Herr Wieselski weiß warum. Waren tatsächlich von 2020 bis heute 16 Prozent. So, und jetzt nochmal. Was war der Mehrpreis von 2019? Ausstattungsbereinigt, Angebotspreis 16 Prozent. Ja, das würde ich jetzt gerne mal. Also das rechne ich jetzt einfach mal nach. Wenn jetzt, sagen wir mal, man hat ein Bruttogehalt. Ich denke mal, was normal ist von um die 3.500 Euro. Das ist wahrscheinlich so der Schnitt oder was weiß ich, vielleicht sind es auch 4.000. Und von 3.500 Euro mal 1,16, also mal plus 16 Prozent sozusagen, haben wir ein Gehalt von 4.060 Euro. Also Menschen, die 2020 oder ja, 2020 3.500 Euro verdient haben, verdienen im Jahr 2024 4.060. Oder in dem Fall, die Quelle war bis 2023. Also haben in den drei Jahren eine Gehaltssteigerung von 16 Prozent gehabt. Aus dem unternehmerischen Kontext kann ich euch sagen, kommt das ungefähr hin. Aber ja, es wird mit Sicherheit, also ich muss sagen, so hoch kann ich es mir schwer vorstellen, dass es im Mittelstand ist. Aber in der Industrie wird es der Fall sein und es wird auch Branchen gegeben haben, die vielleicht eine höhere Preissteigerung hatten. Man siehe tatsächlich, wie der Marc schon sagte, Bahn, Piloten und Co. Aber ja, 16 Prozent ist auf jeden Fall stolz. Also wenn man es so sieht, dann hat man eigentlich gar keine Preissteigerung gehabt oder zumindest keine Wertsteigerung in dem Sinne. Aber trotzdem bin ich gespannt, was noch kommt. Demzufolge könnte man sich jetzt schön rechnen, zu sagen, die sind gar nicht teurer geworden. Ich weiß, das wollt ihr jetzt alle nicht hören, aber so ist es. Das waren die Zahlen fürs Real Talk. Ihr dürft jetzt hier schon mal das Kerosin holen und den ganzen Laden hier in Feuer und Flammen legen. Aber ganz ehrlich, das muss man jetzt ehrlicherweise einfach mal so sehen, weil das Thema ist, inzwischen ist es so und ich schwöre, es wird auch noch mehr werden. Es gibt Rabatte, 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 weil und da müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Die Branche hat hier, ich habe es vorhin gesagt, Listenpreis, Basisversion plus 46 Prozent gemacht. Und ich würde mal behaupten, dass es der Branche jetzt fürchterlich auf die Füße fällt, dass sie es einfach tierisch übertrieben haben. Punkt aus Ende. So und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das auch gut so. Das heißt, die sind heute in einer Situation, in der sie Rabatte geben müssen, um eben auf diesen Satz zu kommen, der ungefähr da ist vom Mehrpreis her, was die Gehaltssteigerung der bundesdeutschen Durchschnittsbevölkerung auch so ausgemacht hat. Das ist tatsächlich jetzt auch wieder da, da sind wir wieder beim Thema. Ich habe das jetzt in den Videos schon öfter erklärt, aber für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gehört haben, wir haben bewusst zum Listenpreis Fahrzeuge damals auch zur Corona-Zeit verkauft und zwar nicht, weil wir gesagt haben, geil, hier Kohle, Kohle, alles in meine Tasche, sondern weil wir fehlenden Umsatz auszugleichen hatten. Es ist nicht so, dass wir davon schlecht gelebt haben oder schlechte Zahlen deswegen geschrieben haben, aufgrund dieser Situation, sondern es waren gute Zeiten für unsere Branche. Aber mit dem Hintergrund, und da unterscheidet sich wahrscheinlich auch die Spreu vom Weizen, wir haben das Geld verantwortungsvoll benutzt und reinvestiert. Und worin reinvestiert? Wenn wir jetzt für die Firma Gümer sprechen, in Eigenkapital, das heißt unsere Eigenkapitalquote hat sich verbessert. Wir stehen auf sicheren Füßen in beiden Betrieben, in Mannheim und in Wertheim. Wir haben es benutzt, um mehr von unserem Bestand zu lösen aus dem Fremdkapital. Das heißt, wir sparen uns Zinsen und Kosten, weil wir halt irgendwo auch das ganze Thema kommen gesehen haben. Ihr müsst jetzt auch mal überlegen, wir haben ja allein eine Preissteigerung des Geldes von circa 3,5 bis 4 Prozent gehabt. Der Euribor, 3-Monats-Euribor liegt aktuell bei 4 Prozent. Dann zahlt man noch einen stolzen Aufschlagsatz als Händler und das habt ihr dann einfach als Kosten on top. Und dann werden die Höfe noch vollgepumpt mit Bestand und dann habt ihr sozusagen den Salat. Da habt ihr plötzlich mehrere Hunderttausende von Euros mehr auf der Sollseite liegen. Das muss man tatsächlich auch einfach mal in Betracht ziehen. Ich will da jetzt, wie gesagt, kein Mitleid. Alles gut, aber da unterscheidet sich die Spreu von Weizen. Ihr habt auch mit eurem Euro entschieden, wo ihr das Geld ausgegeben habt, bei welchem Händler ihr das angelegt habt. Und der Markt hat es auch gesagt, leider waren da Händler dabei, die viel zum Listenpreis, also weit über dem Listenpreis verkauft haben. Das ist schwierig. Das haben wir auch beobachtet. Und teilweise war es dann wirklich so, dass Leute auch uns geboten haben, hey, für 20.000 Euro mehr über dem Listenpreis nehme ich es. Hauptsache ich kriege sozusagen einen Platz. Da haben wir nicht mitgemacht, muss man auch dazu sagen. Wir haben wirklich geguckt, dass wir sehr verantwortungsvoll mit dieser Situation umgehen und das Geld gut investieren. Da gibt es auch viele andere Händler, die das getan haben. Natürlich nicht jeder. Und das ist eben das, was ihr bitte auch jetzt in so einer Zeit mitnehmt. Guckt euch bitte die Handelsbetriebe an, bei denen ihr das Geld investiert. Ich hatte da auch schon mal ein Video dazu gemacht. Und einfach verantwortungsvoll investieren. Denn nicht jeder hat diese Zeit genutzt, um sich auf sichere Füße zu stellen. Denn viele weiß ich aus eigenem Kreis, sage ich mal, aber mit Sicherheit nicht jeder. Und da wird es mit Sicherheit auch Händler geben, die vielleicht nicht gut dastehen aktuell. Ich kann euch sagen, bei uns ist es safe. Ihr könnt bei uns Anzahlungen tätigen. Ihr könnt bei uns Fahrzeuge kaufen, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass wir morgen nicht mehr da sind. Das wird nicht passieren. Aber trotzdem haben wir auch Herausforderungen und Challenges, die wir halt eben bewältigen müssen aufgrund der Sache. Ich möchte kein Mitleid, sondern ich sage euch einfach nur, dass wir sehr verantwortungsvoll, also wir als GYMA, ich kann jetzt für uns als GYMA sprechen, mit diesem Geld umgegangen sind. Ich denke mal, wenn man einfach mal unsere Zahlen anschaut, dann wird sich das auch zeigen. Also, wie gesagt, Eigenkapitalquote aufgebaut und so und und. Und das, was er nach sagt, die Branche, die es einfach überzogen hat, glaubt mir, wir sind in vielen Feedbackgesprächen mit unseren Herstellern. Wir gehen da auch sehr hart ins Gericht. Die haben auch keine einfache Zeit gerade mit uns Händlern, weil wir natürlich genau das Feedback aus dem Markt weitergeben. Und da gibt es den einen oder anderen Hersteller, der das auch gut kapiert hat, meiner Meinung nach, und auch viel an den Markt zurückgebt. Schaut euch allein mal den Detlefs XXLA an. Den kriegt ihr aktuell. Und es geht bis zum 30. Viertel nicht. Sagt dieses Datum. Ich kann es nicht oft genug sagen. Über, also wirklich über 50.000 Euro Nachlass. Das sind 56.000 Euro auf einem Fahrzeug, was 220.000 Euro kostet. Das sind über 20 Prozent. Also 22 Prozent Nachlass. Ist noch höher, als ihr es gerade beim Axis gesehen habt, weil der Axis zum Beispiel gar nicht über so ein Margensystem verfügt. Das heißt, ihr habt 56.000 Euro Nachlass. Über 20 Prozent. Und wenn man diese 20 Prozent von den circa 30 Prozent abziehen würde, dann würde das auch nochmal anders ausfallen. Also das nur mal für euch ins Verhältnis gesetzt. Wir haben ja gesagt, bis zum 30. Viertel gibt es dann nochmal 15.000 Euro extra. Dann ist das ganze Thema durch. Aber da seht ihr halt auch, wir haben genauso viel Druck wie wahrscheinlich auch Ärger. Niss am Markt da ist über gewisse Preise. Wir wollen verkaufen. Wir geben Gas. Ja, das ist auch die Situation, die für uns jetzt auch nicht einfach ist. Aber wie gesagt, ja, nicht jammern, kein Mitleid. Alles gut. Wir schauen einfach nur, dass wir das Beste daraus machen. Das ist, glaube ich, das, was man daraus mitnehmen kann. Ich will sagen, ja, ist teuer geworden. Die haben alle tierisch den Bogen überspannt. Und wer darf es jetzt ausbaden? Richtig, die Händler am Ende des Tages. Man muss aber fairerweise auch sagen, die Händler haben, glaube ich, in der goldenen Zeit der Corona-Hochphase alle richtig Geld verdient mit den Fahrzeugen. Und ja, die müssen jetzt ein bisschen bluten. Ich gehe davon aus, dass sie sich die Kohle teilweise auch von den Herstellern zurückholen. Und das ist gut so. Verdammt nochmal. So sieht es nämlich aus. So, das war meine Rechnung hier zum Thema Wohnmobile. Immer gespannt auf Kastenwagen. Das kann man jetzt mit jedem Fahrzeug machen. Auf dem ganzen Markt kannst du dir Gedanken machen oder nicht. Eins ist aber auch mal klar. Billiger werden die Dinger dadurch auch nicht. Sondern es heißt einfach nur, ihr müsst ein bisschen gucken, wo ihr Geld sparen könnt und wo ihr gute Rabatte für eure Fahrzeuge kriegt. Ja. Ja, so, das waren jetzt hier mal die Fahrzeuge. Das haben wir uns jetzt alles angehört und haben festgestellt, boah, das ist aber irgendwie, naja. Jetzt gucken wir uns doch mal die Campingplätze an. Und ich sage euch, wie es ist. Da müssen wir jetzt gar nicht lange um den heißen Brei drum herum reden. Campingplätze sind einfach... Da werden jetzt dann gleich wieder ganz viele Leute da unten reinschreiben. Ich habe es euch gleich gesagt, wer auf dem Campingplatz fährt, ist doof. Das ist einfach so, jeder muss halt überlegen, wo er hinfährt. Und ich sage euch ehrlich, ich fahre sehr gerne auf dem Campingplatz, vor allen Dingen, wenn meine Tochter dabei ist. Weil das ist einfach auf dem Campingplatz, Tür auf, Kind raus, viel Spaß. Da sind immer andere Kinder, da ist immer was geboten, da kann sie mal losspritzen und sich ein Eis holen. Und da ist immer irgendwas. Das ist immer eine gute Sache. Und da geht es überhaupt nicht um hier Entertainmentprogramm und den ganzen Quatsch. Da schicke ich meine nicht hin. Ich bin ja mit ihr im Urlaub und deshalb möchte ich die Zeit auch mit ihr verbringen. Aber es ist eben so, dass sie da viele Gleichaltrige trifft und da eben Spaß haben kann. Und darum geht es auch bei Urlaub, oder? Dass jeder Spaß hat. Campingplatz auch für mich. Ich habe es damals als Kind irgendwann verflucht, weil ich bin wirklich im Wohnmobil aufgewachsen. Wir haben nur im Wohnmobil Urlaub gemacht. Also meine Schwester und ich. Das war immer sehr... Also irgendwann so im Teenager-Alter war ich dann froh, mal in einem Hotel zu sein. Hab das dann auch... Also es war wie so eine Neuerfindung, ja. Also ich war total baff, wie das ist, in so einem Hotel zu sein, dass man da frühstücken kann und dann auch noch all you can eat und sowas. Das war für mich als Teenager was komplett Neues. Rückblickend betrachtet war es das Beste, was mir passieren konnte. Denn was haben wir gemacht auf dem Campingplatz? Zum Beispiel waren wir oft im Wufallgut in Österreich. Und dort gibt es ein schönes Aktivprogramm. Da gibt es einen See, da gab es einen Tennisplatz, da gibt es einen Fußballplatz. Da konnte man sehr viele Aktivitäten zusammen machen. Dann haben wir teilweise was mit der Familie gemacht. Teilweise waren wir aber auch einfach nur mit anderen Kindern unterwegs, was der Marc eben sagt. Und das ist eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, weil da habe ich sehr viele tolle Momente in meinem Leben erlebt. Auf dem Campingplatz fand ich so rückblickend betrachtet immer ganz, ganz toll. Jetzt mit der irgendwo hinfahre, wo sie keinen Spaß hat, damit ich hinterher sagen kann, ich stand nicht auf dem Campingplatz. Hier, ich brauche gar nicht. Nee, da, nein. Also das mache ich auf jeden Fall. Trotzdem ist es so, dass man da tatsächlich ein bisschen gucken muss. Und jetzt weiß ich auch, dann kommen wieder alle an und sagen, weißt du, 100 Euro? Ja, denn es ist inzwischen so, nicht nur die Partycampingplätze in Italien, sondern auch in Bayern sind viele Plätze inzwischen durch diese Schallmauer von 100 Euro mit Anlauf durchgeballert. Und kosten inzwischen deutlich mehr als 100 Euro die Nacht. Und mir ist auch klar, dass man für 100 Euro die Nacht auch irgendwo was anderes kriegt. Ja, da kriegst du bestimmt auch schon ein Hotel. Sag ich euch aber auch, Hotelpreise sind auch teuer geworden. Also wenn du guckst, fahr mal eine deutsche Nordseeküste und nimm dir mal ein Hotel. Weil die Dinger, die da vor drei, vier Jahren noch 100 Euro gekostet haben oder 120, 130 Euro, ja, die haben die Zahlen gedreht. Die kosten jetzt 320 Euro. So sieht es aus. Kann ich euch auch mal eine Anekdote erzählen. Ja, also wir waren, Skifahren jetzt in Montafon, das war nach Fasching, also keine Ferienzeit. Nach Fasching war das. Ein mittelmäßiges, es war okay, ja, es war nichts Besonderes. Ein Gasthaus, wo wir pro Person, wir haben zu sechs gebucht, wo man normalerweise ja richtig gute Deals bekommt, auch auf Booking.com und so weiter. Wir haben da wirklich sehr lange geguckt und es war das Einzige, was noch halbwegs bezahlbar war und wir haben trotzdem pro Person 200 Euro die Nacht gezahlt. Und das kenne ich anders. Ich habe da auch schon in solchen Dingern für 80 Euro die Nacht gestanden. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das war vielleicht eine ungünstige Zeit, vielleicht haben wir zu spät gebucht, vielleicht war es generell diese Saison einfach kompliziert, weil nicht so viel Schnee, ich weiß es nicht, ja, aber trotzdem einfach ein heftiger Preis für ein mittelmäßiges, ich sage mal mittelmäßig bis gutes, also es war okay, ja, konnte sich nicht beschweren, aber es war auch nichts Krasses oder Besonderes, also so von der Ausstattung her. Und ja, da habe ich natürlich auch gemerkt, das ist kein Thema, was nur der Campingbranche obliegt bleibt, sondern das haben wir eigentlich überall. Das muss man auch sagen. Trotzdem, wir glauben ja immer noch oder die meisten glauben ja immer noch, ein gutes Hotelzimmer kriegt man für 100 Euro und wenn ein Campingplatz 100 Euro kostet, ist das zu teuer. Ganz ehrlich, ja, das ist zu teuer. Das ist definitiv zu teuer für eine Wiese. Da draußen gibt es Campingplätze, die haben, wie gesagt, einfach Preise verdoppelt und 30 Prozent mehr Plätze auf der gleichen Fläche gemacht, die sagen dann immer so schön im Internet, ach, wir haben für euch eine neue Campingplatzkarte gemacht, guckt mal hier. Und dann guckst du drauf und denkst, ja geil, auf der gleichen Fläche 30 Prozent mehr Plätze, herzlichen Glückwunsch. Aber dafür die Preise verdoppelt, ne? Na ja, gut, von den 3 Prozent Marge müssen die eben leben. Dem Thema werden wir demnächst noch mal ein bisschen genauer auf den Grund gehen. Ich habe demnächst einen Gast, der Campingplatzbetreiber ist, mit dem möchte ich über das Thema auch mal sprechen. Ist allerdings so, dass das einer von den Guten ist. Ich hole mir ja immer nur Leute, mit denen ich mich gut verstehe und mit denen, die einfach die Preise verdoppeln und die Plätze halbieren, mit denen verstehe ich mich eben nicht so gut. Nichtsdestotrotz, wir werden das Thema ansprechen und ich werde den Kalli auch mal fragen, was ist denn jetzt so der Trend und wo geht es denn hin und wie siehst du das? Also das wird, glaube ich, auch ein mega spannendes Thema. Nichtsdestotrotz, es gibt natürlich die Möglichkeit, woanders hinzufahren. So, und wenn ihr jetzt immer, also bevor wir jetzt hier weiter motzen, dass das alles so teuer ist, überlegt euch doch mal, ob ihr woanders hinfahren wollt oder ob ihr mal was ganz anderes machen wollt. Und da kommen wir jetzt zum Sponsor des heutigen Videos. So, ihr findet das immer noch alles viel zu teuer, wollt aber trotzdem campen gehen. Dann habe ich noch mal eine andere Idee für euch. Wie wäre es denn eigentlich, wenn ihr nicht für 180.000 Euro ein Wohnmobil kauft, sondern einfach mal guckt, ob nicht vielleicht ein anderes Fahrzeugkonzept für euch auch interessant sein könnte? Also ob man nicht einfach mal sich reduziert und sagt, Mensch, gucken wir mal, brauchen wir das große Wohnmobil, ist ja dann doch immer ein Thema. Man braucht ein Pkw und Wohnmobil und, und, und. Wäre es da vielleicht interessant für uns, auf so einen Urban Camper zu gehen, so einen kleinen Flitzer, ich sage mal so VW-Boostgröße. Das ist jetzt wieder so ein Thema, was wir auch oft haben, dass Menschen sich jetzt einfach verkleinern oder halt sagen, Also gerade das Einsteigersegment und das obere Luxussegment, die sind ein bisschen unverändert geblieben. Das Mittelklasse- bis Premiumsegment ist ein bisschen schwieriger geworden, was man so sieht, weil einfach die Leute sagen, ich brauche einfach nicht mehr so viel. Wir hatten auch einen kurzen Ruck tatsächlich im Wohnwagen, weil natürlich der Wohnwagen preis-leistungsseitig viel besser ist als ein Wohnmobil. Er zahlt für den gleichen Raum irgendwie 40.000, 50.000 Euro weniger. Was allerdings interessant ist, Urban Camper ist ein ganz spannendes Thema, was bei uns gerade auch immer mehr Zuspruch bekommt, aber trotzdem natürlich noch weit unter dem Zuspruch ist wie ein Camper-Win oder ein Wohnmobil. Ihr müsst mal gucken, was kostet denn so ein Urban Camper eigentlich. Und wenn ihr das mal vergleicht mit einem, ich sage jetzt mal bei uns Einsteiger, einem Detlefs Just Go oder einem Sunlight, zum Beispiel einem V66 oder ein normaler Tee, ein kleiner oder auch generell eine günstigere Variante bei Detlefs oder Sunlight. Da ist gar nicht mehr so viel Platz zwischendrin. Also ein Urban Camper kriegt ihr für 50.000 Euro aufwärts hier nach Ausstattung und ein Camper-Van mittlerweile auch. Und ein Wohnmobil, ein Einsteiger-Wohnmobil, kriegt ihr mittlerweile auch zwischen 50.000 und 60.000 Euro. Und da ist natürlich dann die Frage, wo ist jetzt hier eigentlich der Benefit? Der Urban Camper hat einen großen Vorteil. Es ist ein Pkw, er fährt sich wie ein Pkw. Ihr könnt ihn auch wie ein Pkw nutzen. Ihr könnt einkaufen gehen. Ihr habt Abmaße wie ein Pkw. Ihr kommt in jedes Parkhaus rein. Das sind eben diese Themen. Aber wir merken schon, dass da einfach was da ist. Und vielleicht packt es der Marc gleich mit dazu. Vermietung dieses Jahr unfassbar beliebt. Also wir haben sehr viel Run auf die Vermietung. Gerade bei uns jetzt in Wertheim, aber auch in Mannheim. Sehr viel Zuspruch und haben auch da tolle Angebote. Da läuft es noch mal meiner Meinung nach einfach ein Stückchen besser. Das merkt man hin und wieder. Ein Fahrzeug, auf das man Bock hat. Ist natürlich, muss man wollen, sage ich euch auch. Hat mir damals wahnsinnig viel Spaß gemacht. In der jetzigen Reisegruppe und Konstellation leider keine Option mehr. Kann man sich überlegen. Oder aber guckt euch mal die Wohnwagen an. Wir waren nämlich tatsächlich ja neulich, ihr habt das vielleicht mitgekriegt, hier ist eine Klesana eingebaut worden ins Fahrzeug. Ich sage nur Autarkie und so, weil es Daybeta-Plätze, Bauernhöfe und so. Weißt du Bescheid? Wir wollen halt einfach komplett autark sein. Unabhängig von irgendwie Fähr- und Entsorgung und diesem ganzen Quatsch. Und so weit es geht, Wasser muss ja dann irgendwann halt doch wieder laden. Trotzdem, wir haben jetzt hier eine Klesana drin. Und bei der Gelegenheit, als die eingebaut worden ist, waren wir ja beim Philipp von Gümmer und sind da ein bisschen über dem Platz geschlendet. Hallo! Und da habe ich was gesehen, was ich total spannend fand. Die haben ja Wohnwagen auch sehr viele. Ja, tatsächlich. Und da habe ich bewusst mal den günstigsten Wohnwagen angeschaut, der da auf dem Platz stand. Das sieht schon. Also wenn euch das interessiert, kann ich euch den auch mal zeigen. Überhaupt auch nochmal eine Frage so in die Community. Wie sieht es denn eigentlich mit Wohnwagen-Content aus? Habt ihr da Bock drauf? Interessiert euch das? Für mich war es tatsächlich so, also ich habe für mich, ehrlicherweise ist ein Wohnwagen für mich keine Option, habe ich keine Lust drauf. Einfach so, man möge mir das verzeihen. Trotzdem sind es aber sehr interessante Fahrzeuge. Was mich immer sehr fasziniert, ist das Thema Platz in Wohnwagen. Also dieses Raumgefühl, was du einfach hast, wie viel Platz man da hat. Das, was ich vorhin gemeint hatte. Und dann Strich auch, wie viel Fahrzeug du bekommst für verhältnismäßig wenig Geld. Der Wohnwagen, den ich mir dort angeguckt habe, dort in Wertheim, ist ein Produkt gewesen, der hat, ich meine, 21.400 Euro gekostet. Den kann ich euch gerne auch nochmal ein bisschen detaillierter vorstellen, wenn ihr wollt. Oder überhaupt kann ich mich gerne mal ein bisschen mehr mit Wohnwagen-Themen auch beschäftigen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es bitte mal in die Kommentare. Fand ich aber tatsächlich ganz spannend, sich mit dem Thema Wohnwagen auch mal auseinanderzusetzen. Sie wollen ihr Wohnmobil verkaufen und einen guten Preis wieder bekommen und am Ende als Gewinner vom Platz gehen? Dann geht es nur besser als hier bei ankaufwohnmobile.de. Kein scheiß Boris Becker macht Wohnmobil-Werbung. Das ist jetzt gerade eine random Werbung, die mir hier angezeigt wurde. Ich habe mir gedacht, das muss ich jetzt drin lassen. Einfach Boris Becker. Mieten statt kaufen, siehst du? Also ist Gedankenübertragung. Dann würde ich sagen, wir kümmern uns mal um das Thema Vermietung. Wie wäre denn das eigentlich? Dann hast du nämlich gar kein Wohnmobil mehr und bist total flexibel, was du machen kannst. Ich habe das ja schon gesagt, dieses Jahr ist es so, dass die Caro mit ihrer Freundin mit einem gemieteten Wohnmobil durch Schottland fahren wird. Das wird, glaube ich, auch eine ziemlich spannende Geschichte. Da werden wir mit Sicherheit auf jeden Fall ein Video dazu machen zum Thema Wohnmobil mieten und damit durch Schottland fahren. Je nachdem, wie interessant ihr das findet. Vielleicht machen wir auch zwei Videos draus, dass man das auftrennt. Einmal Vermietung und einmal die Schottlandreise. Da müssen wir ein bisschen gucken. Ehrlicherweise auch ein bisschen gucken, je nachdem, wie viel die Mädels da oben aufnehmen und was dahinter als Material rauskommt. Weil wenn das hinterher zwei, zwei Minuten Filme werden, dann vielleicht doch lieber ein ganzes Vier-Minuten-Video oder sowas. Da müssen wir mal gucken. Ja, aber das wird, glaube ich, auch ein sehr, sehr spannendes Thema sein. Und wie gesagt, für alle, die jetzt sagen, uns sind diese ganzen Karren zu teuer, 100.000 Euro und mehr für ein Wohnmobil. Ja, dann mietet doch. Und ja, die Vermietpreise sind auch teurer geworden. Es ist auch alles teurer, teurer, teurer. Ja, natürlich, das ist so. Aber man muss ja auch so sehen, das ist ja auch, hängt ja auch einfach zusammen. Ein Vermietfahrzeug wird gekauft und das muss gewartet werden, repariert werden. Aber dadurch, dass natürlich die Kaufpreise gestiegen sind, müssen die Mietpreise steigen, dass sich ein Fahrzeug in der Vermietung rechnet. Gerade wenn man eine funktionierende Vermietung hat, wie zum Beispiel Magrant oder andere Konkurrenten, die da am Markt sind, das ist preislich dann einfach gar nicht mehr abbildbar gewesen. Deswegen mussten die Preise auch erhöht werden. Und da kamen natürlich auch noch andere Sachen dazu, wie zum Beispiel das Personal. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle drüber einig, Wohnmobil mieten ist definitiv immer günstiger als Wohnmobil kaufen und besitzen. Und trotzdem bin ich sehr, sehr happy, dass das hier mein Wohnmobil ist, weil da kann ich auch mein Wohnmobil draus machen und das so umbauen, ausstaffieren und wie auch immer, wie ich dazu Bock habe. Da muss ich gestehen, das sehe ich ein bisschen anders, das hängt natürlich von der Nutzungsdauer ab. Wenn ihr ein Wohnmobil wirklich mal für, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahre nutzt, dann ist meiner Meinung nach ein Kauf wesentlich günstiger als es zu mieten. Das macht einfach rein rechnerisch Sinn, weil ihr pro Miete wirklich 2.000 bis 5.000 Euro ausgebt, je nach Dauer, je nach Art, je nach Kategorie und so weiter. Und wenn ihr das hochrechnet, ihr geht vielleicht viermal im Jahr in Urlaub, lasst uns mal mit der konservativen Rechnung von 2.000 Euro machen, ihr geht viermal im Jahr in Urlaub, habt dann 8.000 Euro pro Jahr und das mal 5 sind 40.000 Euro. Wenn ihr das in ein Wohnmobil, was 100.000 Euro kostet, investiert, kriegt ihr, wenn wir jetzt von diesen fünf Jahren ausgehen, bei einem Wohnmobil, was 100.000 Euro kostet, dann solltet ihr da auch mehr rausbekommen. Das muss man einfach so sagen. Aber es ist schon richtig, wenn ihr ein Fahrzeug wirklich für ein, zwei Jahre haben wollt, dann wird es schwierig tatsächlich. So, und dann habe ich noch einen, ihr Lieben, und das ist nämlich, die Restaurants sind auch alle zu teuer geworden. Ja, und das gilt auch für die Campingplatz-Restaurants und vielleicht gilt das sogar auch gerade für die Campingplatz-Restaurants, weil bei denen ist es ja so, da bist du ja quasi, wie sagt man immer, mit gehangen, mit gefangen. Das ist ein Satz, den habe ich nie wirklich verstanden. Müsste es nicht eigentlich heißen, mit gefangen, mit gehangen? Also es gibt ja viele so Restaurants auf Campingplätzen, die dann sagen, he he, Elle Bär hier in der Umgebung ist nichts anderes, die müssen hier essen gehen, dann machen wir es halt teurer. Das ist auch etwas, was ich betrachtet habe, gerade, wenn wir mal nach, in die Städte gucken, ich habe einen Asiate bei mir in der Stadt, wo ich wohne. Und ich dachte immer, ich weiß nicht, vielleicht war das auch ein Trugschluss, ich dachte immer, asiatisch essen gehen ist gleich günstig. Das war immer so mein Selbstverständnis von essen gehen einfach. Und da ist es so, ihr zahlt da mittlerweile auch über 20 Euro für ein Gericht, also das ist ein Gericht, ein Gericht. Natürlich könnt ihr wählen zwischen Ente, Rindfleisch, Hühnchen und Hühnchen ist billiger als Ente und keine Ahnung. Aber da war ich auch ein bisschen überrascht, wo ich mir dachte, krass, jetzt zahle ich mittlerweile auch schon 20 Euro bei einem Asiaten oder bei einem asiatischen Restaurant. Das hat mich dann schon ein bisschen, ja, ist wie so Schuppen von den Augen geflogen und das wird auf den Campingplätzen nicht anders sein, gerade in den touristischen Gebieten. Wenn wir auch mal in so Städte reinschauen wie Frankfurt am Main, das ist krass. Wir waren neulich auch auf einem Streetfood-Festival, ja, da könnt ihr euch schon ungefähr erdenken, was da eine Portion gekostet hat. Es war ein Burger, der genauso viel auch im Restaurant gekostet hat, also es war schon heftig. Uns ein bisschen Gedanken darüber machen, wie kriegen wir es denn hin, obwohl das alles so teuer geworden ist, vielleicht dadurch, dass wir ein bisschen unser Verhalten ändern, dass wir sagen, wir gehen öfter mal auf einen Stay-Better-Platz, wir gehen gar nicht mehr nur noch auf die teuersten Campingplätze. Wir kochen einmal mehr die Woche, statt in der Vergangenheit, ey, in die Tüte gesprochen, viermal in der Woche essen zu gehen, gehen wir jetzt nur noch zweimal in der Woche essen und machen uns einen Spaß draus und machen den Koch-Contest. Wer verloren hat, bin meistens ich. Aber wisst ihr, was ich meine? Dass wir einfach mal wieder anfangen nachzudenken, einmal zu gönnen, den Leuten zu sagen, ey, du hast ne geile Karre, cooles Ding, magst ein Bier? Ja, das muss gehen, muss genauso gehen, wie sich selber auch mal die Frage zu stellen, oh, muss das denn alles so sein? Muss ich das denn mitgehen? Muss ich auf dem Campingplatz neben den vier Morellos den fünften Morello stellen, weil die anderen Leute haben auch alle einen? Oder können wir nicht alle ein bisschen auch den Benni machen und sagen, ich brauche gar nicht den Sattelschlepper und vielleicht reicht mir auch ein Wohnwagen? Weil die Kinder, ganz ehrlich, die haben den gleichen Spaß, denen ist das völlig egal. Weil, glaubt ihr allen Ernstes, dass meine Tochter hier sagt, oh, geil, ein Allrad-Sprinter? Nee, das interessiert die nicht. Die freut sich, dass er jetzt cool foliert ist. Das könnt ihr gar nicht sehen. Dazu gibt es demnächst noch ein eigenes Video. Das wird geil. Aber auch da, ja, bei diesen ganzen Sachen, da müssen wir doch einfach wieder da hinkommen und zu sagen, okay, es ist alles irre teuer geworden, was mache ich denn jetzt damit? Weil die Preise, wir können uns da von morgens bis abends drüber beschweren. Das Einzige, was passiert, ist, dass wir schlechte Laune kriegen. Ja, sehr interessantes Thema. Und da der Markt tatsächlich auch ein Punkt, wo ich jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht so nah dran bin wie er. Aber auch das ist natürlich ein wichtiges Thema. Was brauchen wir denn wirklich in unserem Fahrzeug? Und ich glaube, da könnte man tatsächlich mal anfangen, ernsthaft sich Gedanken drüber zu machen. Das ist vielleicht auch ein Thema, was wir als Händler mitnehmen können, gerade in der Beratung, dass wir eben nicht die Autos bis oben hin voll klatschen, sondern auch gucken, wo kann man vielleicht dem Kunde entgegenkommen. Aber es ist trotzdem ein interessanter Ansatz. Wir merken es auch teilweise und ich bin eh der Meinung, dass Schnickschnack, also jeder soll sich erst mal das kaufen, worauf er Bock hat. Niemand muss kaufen. Und ihr habt es zum Schluss mit eurem Geldbeutel in der Hand. Es ist die Frage, wo ihr kauft. Das ist eine wichtige Frage. Da bin ich wirklich dafür. Sucht euch bitte nochmal einen Händler, einen guten Händler, der sauber dasteht, aus, wo auch das erste Gefühl schon stimmt, wo der Kontakt freundlich ist. Die preisaffinen Leute, die werden bei uns auch fündig, aber oder auch bei den guten Händlern. Aber wenn ihr es wirklich nur auf den Preis abzielt, dann geratet ihr auch teilweise an schwarze Schafe. Und die gibt es leider. Und die werdet ihr wahrscheinlich nicht manchmal erkennen. Ich habe auch Händler, auch bei uns tatsächlich in der näheren Konkurrenz, die haben Bewertungen von 4,8. Und du weißt ganz genau, dass das keine Bewertungen von 4,8 sein können. Das ist auch, das geht gar nicht. Ja, das sind so Geschichten, wo du einfach merkst, dass da auch ein bisschen Katz und Maus gespielt wird. Deswegen bitte, ihr habt es mit eurem, ihr habt die Macht eigentlich mit eurem Budget, eurem Geldbeutel in der Hand. Und das bitte ich euch auch weise auszugeben und euch da auch die Richtigen rauszusuchen und auch die Richtigen zu belohnen, die saubere Arbeit machen. Der günstigste ist nicht immer der Beste, das wisst ihr, glaube ich, auch. Oder mit dem Spruch, kuffst du billig, kuffst du doppelt, den ich aus dem Osten so cool finde. Das ist genau so ein Thema. Das hat auch nicht nur was mit dem Händler zu tun, sondern natürlich auch mit dem Hersteller. Ja, zum Schluss, ja, hat er recht. Einfach ganz viel Liebe auf den Campingplätzen generell. Night-Kultur in Deutschland ist eh relativ groß. Wäre schön, wenn wir das ein bisschen runterkriegen, wenn wir ein bisschen gegenseitig gönnen und da einfach an einem Strang ziehen. Wie gesagt, Marc, vielen Dank für das Video. Fand ich sehr, sehr gut. Fand auch die Rechnung sehr interessant. Ich freue mich über euer Feedback in den Kommentaren. Schreibt es gerne rein. Und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert, die Glocke aktiviert. Dann verpasst ihr solche Videos nicht mehr. Und natürlich freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.